Ich gehe jetzt hier in der Ecke und lache mich nicht. Fangen mal Licht an. Heidi Frey, du machst da kein Foto von. Doch! Klar wird das Foto von dir, mach Licht an. Video! Ja, wir machen Video! Reicht die Lampe nicht drauf. Die Augen leuchtet auch noch, ne? Wir fassen damit! Ich lache mir gleich ab, wenn er gleich an die Lampe fängt. Ich hole die Finger. Die Mischung. Jetzt will ich nur weggehauen. Oder wenn das dann rumgefallen wird. Lecker, Milch, Cola, Tunnel, 7-Up, Apfel mit Wodka. Ich muss es trinken. Oh, es kocht vielleicht. Oh, das war echt, weil die Milch geront ist. Das ist so eklig. Weil es in den Stücke ist. Diese Milch, das ist so ein dicker Teppich. Weißt du, was das einzige so schmeckt? Na? Energy-Milch. Ich hab Energy-Milch. Ja, aber das weg! Aber das schmeckt nicht nur nach Milch, nach vergammelter Milch. Alter Milch. Ja, aber das geront ist. Natürlich schmeckt das nach vergammelter Milch. Das ist doch genauso wie, als wenn du Milch so ein paar Tage so in der Sonne stehen lässt, und dann ist auch so ein bisschen geschnitten. Du bist schon so dick. Uuuuuhhhhhh. So. Ey, wie fühlst du das? Weißt du, wenn ich sonst noch getrunken hätte, weißt du, dann würd ich eh alles abkönnen, weißt du, dann würd ich die nächste Mischung, dann würd ne Scheiße, dann würd ich gleich rein kommen. Ich würd auch Strom um reinmachen. Aber, sonst wie das mit Strom aussehen würde, wenn ich das stecken würde. Weißt du, dann muss ich siehen. Ja, siehen. Wie viel hast du denn noch? Nicht mehr viel. Viertel. Viertel. Ja, okay. Die 80 sind die Prozent. Hehe. Wie hier. Gut. 80. Leider ist die Person schon näher. Aber den Oliver Kahn interessiert das jetzt. Ne Jan? Ja, warum die Flasche wohl leer ist? Sein Magen ist aus Pitan. Ja, er ist dieser.